Auf Bayern. Und zurück. In Position. In Position. U. E. A. U. U. I. E. A. 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 U. E. A. U. E. A. U. E. A. U. E. E. Ein buntes Treiben herrschte auch auf den Sportanlagen im Pfaffenhaus-Stadion, bei Fußball, Tennis und der Marathonstaffel sowie in der Riedhalle, beim Segelverein und am Badesee, wo sich Bettina Lange, die Weltmeisterin im Rettungsschwimmen, redlich bemühte, trotz der kühlen Witterung die Badegäste zu 15 Minuten Wassersport zu animieren. Musik 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 Wir rennen 422 mal 100 Meter, brauchen wir Zeit, haben wir natürlich heute bis auf 18... Musik 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 Auch die Vereine, die Schulen und die Kindergärten in Nordheim und Wattenheim, engagierten sich mit einem großartigen Programm für den Schellenstuhl. Das Beachvolleyballturnier auf dem Rathausplatz in Nordheim und viele andere Aktivitäten wurden von der Bevölkerung begeistert aufgenommen. Überall waren Radfahrer und Spaziergänger zu sehen. Prominenter Gast bei den Wattenheimer Sportlern war Peter Unsleber, die Nationalspielerin vom FSV Frankfurt, die nicht nur die Fußballdamen trainierte, sondern auch für eine Autogrammstunde zur Verfügung stand. Nach Abschluss der Sportaktion in den beiden Ortsteilen, machten sich am Abend viele auf den Weg, um bei der großen Abschlussveranstaltung auf der Showbühne vor dem Rathaus in Biblis dabei zu sein. Musik 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 In einem kleinen Städtchen, da hab ich mich verliebt, in ein ganz hebsches Mädchen, wie's ich für viele gibt. Musik Ich glaub, wenn ich heil an mir, schenk mir ihr Herz allein, doch auch bei anderen Männern, da sagt sie mich gleich. Musik Musik Menschen, das ist ein Fest, das ist ein Fest! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dieser tiefe Augenblick ist für mich das größte Glück Der Moment, an dem mein Herz vor Freude schlägt Lieder, die vom Glück erzählen, geben Kraft und tun so gut Dort wo Trost und Hoffnung wählen, machen sie ein wenig gut Untertitelung des ZDF, 2020